Höre, glaube und lebe durch das inspirierte Wort Gottes. Herzlich willkommen zur täglichen Andacht aus Maranatha, einem Andachtsbuch von L. G. White. Ein sicheres Fundament, 29. April. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. 2. Timotheus 2, Vers 19 Der Herr wird ein Volk haben, das so zuverlässig ist wie Stahl und einen Glauben hat, der fest ist wie Granit. Sie sollen in der Welt seine Zeugen sein, seine Werkzeuge, die in der Zeit seiner Vorbereitung eine besondere, wunderbare Aufgabe haben. Prediger, die einst mit Eifer und Ernst die Wahrheit gepredigt haben, mögen vom Glauben abfallen und in die Reihen unserer Feinde eintreten. Aber wird dadurch etwa die Wahrheit Gottes in eine Lüge verkehrt? Aber nein, sagt der Apostel, der feste Grund Gottes besteht. Der Glaube und die Gefühle der Menschen können sich wandeln, doch Gottes Wahrheit niemals. Dass wir die Wahrheit haben, ist so sicher wie die Tatsache, dass Gott lebt. Satan kann mit sämtlichen Künsten und höllischen Kräften die Wahrheit Gottes doch nicht in eine Lüge verkehren. Während der große Feind in einem Versuch, dem Wort Gottes alle Wirkung zu entziehen, bis zum Äußersten geht, muss die Wahrheit wie eine brennende Lampe hinausgehen. Der Herr hat uns auserwählt und zu Empfängern seiner herrlichen Gnade gemacht. Sollten wir uns von dem törichten Geschwätz der Abgefallenen bezaubern lassen? Sollten wir uns etwa dafür entscheiden, zu Satan und seinen Herrscharen überzulaufen? Sollten wir uns mit den Übertretern des göttlichen Gesetzes zusammentun? Lasst uns vielmehr beten, Herr, setze Feindschaft zwischen mir und der Schlange. Wenn wir nicht mit den finsteren Machenschaften Satans auf Kriegsfuß stehen, wird uns sein mächtiges Netz übergeworfen. Er hält seinen Stachel jederzeit bereit, um ihn uns ins Herz zu treiben. Wir sollten ihn als Todfeind betrachten. Wir sollten ihm im Namen Christi widerstehen. Wir haben noch viel zu tun. Alle, die sich zum Namen Christi bekennen, sollen sich mit den Waffen der Gerechtigkeit bekleiden. Die Zeit ist gekommen, wo wir selber genau wissen müssen, warum wir glauben, wem wir glauben. Wir wollen uns ein gutes Fundament verschaffen für die kommende Zeit, damit wir im ewigen Leben festhalten. Wir müssen arbeiten, nicht aus eigener Kraft, sondern in der Stärke unseres auferstandenen Herrn. Was werden wir für Jesus tun, was für ihn wagen? Amen. Der Herr segne und behüte dich und gebe dir seinen Frieden. Bis zum nächsten Mal zur Andacht mit dem Thema Der Himmel wartet auf dich am 30. April. Der Himmel wartet auf dich am 30. April.